so leute willkommen zurück zu let's play super mario rpg und ja letztes mal wieder durch den irrwald rumgeirrt und haben weiter nach geno gesucht und das machen wir da war ja jetzt das machen wir heute auch noch mal da mit dem pilz auf verdammt so weg biene man warum sind hier so viele bienen und aminati pilze endlich kann melo war mal was ausrichten er ist jetzt wirklich gut im angriff und gut unter verteidigung seitdem wir diesen frost starbe halten seitdem mag ich wirklich sehr er steckt zwar immer noch viel ein aber muss also einfach ich halte nicht so schlimm so wir gehen jetzt erst mal den weg ja auswählen weil ich alle drei gut funktionieren Yay! HP-Regeln! Oh man, beeil dich! So, also mal sehen, ob das ist ein Pilz So, Geno ist irgendwo hier lang gelaufen Genau da lang Doch mal nach geradeaus Hopp Sönigdurst Und du schläf... Nein, wieder Pilzverwandlung Boah Alter, diese... Mann, diese Bienen hat irgendwie auf Also die sind zwar nicht schwer zu besiegen, aber die kotzen mich einfach an, weil sie mich einfach verfolgen und so Und das schrägt mich auf Hallo, geh weg! Ach, so eine verfickte Biene Tut mir leid, dass der Spot jetzt schon wieder gesinnt Ups So Ich wollte den Zaun hören Ein bisschen... Leider drin Hallo, kann das Vieh nicht mal sterben? Danke, tschüss So Wo ist er jetzt langgegangen? Wo ist er jetzt langgegangen? Ist er lang oder was? Wie... Ist er da lang? Schön Bock, ja 997 99 99 99 1000 1000 Pfeile Schutz Sie suchen Ja Witzig das ist Ja Noch 1000 werde ich feuern Mario Wer ist der Typ? Er muss es sein, der die Pfeile auf Rosendorf feuert Er muss es sein, der die Pfeile auf Rosendorf feuert Hey, du bist nicht Bruce Lee Du kannst nicht mit Mit schnellen Fäusten kämpfen Obwohl Fäuste falsch geschrieben ist Es sind zu viele Die machen Brei aus uns Oh, es kommt jemand Besser wir verstecken uns erstmal Schaut mal, was ich fand, Boger Was? Was? Stören du mich nicht sollst Übe nicht am Bin Mehr Pfeile und Statue ich machen muss Nya Stopp Warte Du begehst einen schweren Fehler Gib mir den Stern zurück Nya Nya Ein Fremder du bist Uns seltsam anzuschauen Lehren wir dich müssen Komminobut Nya Und wer bist du? Ich diene einer Hören Autorität Das Sternstück gehört allen Du kannst nicht behalten Nya Nya Sauer Ich bin Nya Eine Lektion ich dir erteilen werde Hey Beruhige dich Mario Das ist gefährlich Du hilfst ihm, oder? Wir besiegen den Herren Und retten den blauen Typen Ich auch Ich tue was ich kann Aber von hier aus Ich habe keine Angst Ich werde nicht weinen Autsch Yeah Oh mein Gott Wie unglaublich Hör auf Das reicht Hör auf Das reicht Nya 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 Stark du bist Aber wer bist du? Mario Du hast mich zurück gelassen Kenne ich dich nicht Du kommst mir vertraut vor Du bist Mario? Wir kennen dich gut Knuck 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 Beleidigt ich bin Ok was hat er für Genobi Wollen wir das mal ausprobieren Halte Y Dank für Power Äh Feuerball Wann benutze ich jetzt so viele Spezialattacken Äh Ein Honigsirup auf Mellow Yeah Nya Jetzt drei gegen mich Nya Korrigiere nicht es werde Weil ich feuern werde Und getroffener Knopf sei blockiert Nein Bitte nicht Stech Ich Nein Scheiße Ähm Pilz Ach fuck Pilz auf Mario Vielen Dank Pilz auf Geno Vielen Dank Und Pilz auf Mellow Vielen Dank Umsonst extra Steady's Ich versteh das nicht Warum ging das jetzt grad zu schnell? Ja manchmal geht's schnell Ja manchmal geht's schnell Manchmal geht's gar nicht Hallo Ok Nein Psychopath Was ist mit dem Mit den Leuten los? Mit den Leuten los? Oder so Ach danke Items Brauch ich jetzt eigentlich Lass mal nicht Aber Nein Mario Mario Ach Blitz Super Ähm Pures Wasser Ähm Nein Ich brauche Lebenswasser Mario Statues Ach Warum Geno ist tot Super Aber Ist halt jetzt erstmal nicht zur Sache Da Manchmal geht's schnell Manchmal geht's langsam Bla What is this false? Bob Bob Lightning Och Bob 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 Danke Warum kannst du nicht mal Y nehmen? Spastel Ok Als erstes machen wir Honigstirup Ähm Und Dann HP Regen auf Mario War das jetzt gut? Ich glaube nicht Nein War nicht gut Obwohl jetzt Na jetzt ist Mario ganz allein Super Sprung Wow Wow Und ja Leute Ich mache jetzt Eine Pause Und wir machen morgen mit Buggier weiter Ja Stärker ich sein muss Oder sprache ich besser schlägen muss Bis morgen Tschüss Ciao